Hallo, ich bin der Gamer, und willkommen zu Teil 30. So, wir sind da, wo ich jetzt mal aufgehört habe, hier oben. Ich müsste hier doch nicht die... Ah, doch. Ähm, ich bin ehrlich, ich hab mir das notiert. Aus dem Internet, da ich jetzt... Mir fehlt die gerade die Zeit, das jetzt zu schauen. Aber nur das, ich weiß nicht, was danach passiert. Was? Ich habe etwas... Was? Ja, geht doch. Now, towards the Burnt Tree. Now, go towards the Goat Skull, Your Majesty. Head towards the Black Candles, Your Majesty. Pour the powder towards the Petrified Bread Loaf, Your Majesty. Hmm, I see this. Good now. Now. Go towards the Pixie Ring, Your Majesty. Sire, form a large, even circle at a good distance from the Pyre. It's turned out beautifully. Pity the wind will soon scatter it. The evil power of the curse came from the fire. Fire is a hard element to tame, and this one had added potency. It consumed the body of the one casting the curse. Enough of these phantasmagorias as Deathmold puts it. Look at my boots. Stay in the circle, Your Majesty. The powder reeks of droid and doom. Genau. Ah, ich wollte kurz speichern. So. So, jetzt mussten wir nämlich noch was machen. Genau. Ich glaube, ich muss mich hier hinstellen. Hey, ich sag doch, genau. Ich sag doch, genau. Ich sag doch, genau. Es begonnen. You have some brave soldiers, Your Majesty. They're scared of ghosts, as we all are. Curses! There's hundreds of them! Calm down, Your Majesty. We're protected by the magic runes. The ghosts won't get past the barrier. I'm not afraid of people, but those plowing creatures have begun to bother me. Okay. You're safe if you stay within the runes. What should I do? When the sorceress calls your name, you have to show mercy and end her suffering with a spear. What was it? Let's see what was it happened. Curses, you hensels! Boah, shit. Boah, shit. Boah! Boah! Fischer wills turn by magic into square pieces of gold. Now, your majesty. It worked. Are you sure? All I can say for sure is that a dwarf can pass between a troll's legs, even on tiptoe. I think it went well. Good. For me and for you. But all the worse for Edirne. I've separated you from the curse, but it remains active and powerful. The Spectres of the Fallen continue to fight in the fields outside Vergen. You'll find a way, like you did with that charcoal slot. That'll be much harder. I have faith in you and faith can move mountains. Funny you say that. I need an artifact symbolizing faith. Yes, Deathmold told me. I'll give you the Medallion. First I must have a drink. Come to my tent. I'll roll out my best wine. You deserve it. Oh, schön. Das ging besser, wie gedacht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so einmal voll funktioniert. Ich gehe auf Magie, weil ich habe auch im Internet gelesen, Magie ist erheblich wichtiger wie im Vorgängerspiel. Ich möchte Igni verstärken. Kann ich Igni verstärken? Ah, Igni kann ich verstärken. Wird auch gemacht. Ach, schön, ich habe noch ein Talent frei. Ah, kann ich auch gleich auf die zweite Stufe. Mensch. Ah, ich nehme da Energie plus eins. Ja. Oh, ich bin schon aufmöglich zur 20.000 Punkte Marke. Okay. Das ist wenigstens eine nette Übersicht mit den Erfahrungspunkten. Aber so, dass man es halt noch gut sehen kann. Ah, ja. Ah. Jetzt habe ich nämlich fünf. So. Was ist das? Ah, ja. Ich habe nur jetzt persönlich beim Spiel nicht genau die ganzen Sachen mitgekriegt, die gesagt worden waren. Ach so. Ich bin weg. Jawohl. Dammit. Ah, ja. 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 weiß jetzt nicht ob das an meinem pc liegt oder irgendwas was das spiel macht was sind die das eine ist wahrscheinlich genau hier und das andere ist wegen etwas anderem wo führt mich da eine pfeil hin ach gott das sind dann die ganzen nur wissen was eigentlich aktiviert ist der blutfluch ja habe ich noch irgendwas aktiviert ja ich habe eine bestimmte quest machbar request nicht gemacht das ist so was das ist fürs zweite durchspielen so viele neben ich bin jemand ich spiele eher zuerst wegen der handlung und dann wegs nebenquests eher das ist auch wenn ich irgendein zelda teil spiel neuer habe ich jetzt lange nicht gespielt und auch green of time 3d gilt natürlich das neue und für leute die ich sich wundere dass jetzt vielleicht der klang vom stimmaufnahme etwas besser ist ist der grund dafür ist ich benutze jetzt ein anderes programm zum aufnehmen ja ja sehr gut dann gucken wir mal ich bin glatt ihr hier ein messenger von verdänen er arrived this morning read die king of redania radovid the fifth son of vizima and hedrig from mali or the air get to the point the point is it's not true that after the death of king fall test tomeria will be inherited in truth fall test left a lawful air who is this air queen adder daughter of king fall test and wife of radovid i don't everyone know she was the fruit of incest if my memory serves gerald she's under the curse isn't she ja immer gute frage ah ihr seid eben zu verheirgengen es ist nicht schlimmer als eure majestie's kurs ich gehe nicht rund um das kassel um die Menschen zu verheirgern erzähle king radovid dass ich nicht ein monster mit einem rohlen titel wenn redania nicht wünscht was ist passiert und was Das wäre zu einfach gewesen. Oh! 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 Wer sind Sie? Sie wollten mich zu töten. Ich. Ha! The scum. Witcher, we must talk. Deathmold said you needed this medallion. You saved my life, and I'm not nearly as ungrateful as some might say. You'll receive the pendant in due time. Pity none could be taken alive. Don't fret, Tanzerville. There are ways to make a dead man speak. I know those methods. Necromancy is forbidden. In the absence of the Council and the Conclave, it's hard to know what is forbidden. What would you say, Your Majesty? I want to know everything. Plow that corpse if you have to. Do anything it takes. Necromancy, Your Majesty, is a branch of magic. I don't care. Do as you're told. Count me out. Ah. As the common folks say, be at ease, the woman's gone. I'll need your help, Witcher. You know where to find me. It's never-ending. I'm the bloody king, but she mumps and sulks like some common servant was trying to grope her. Oh, das ging schnell. Ich will ja noch ein bisschen... Oh, das gefällt mir Ich spiele ja gern mit Feuer Hä? Das wäre jetzt irgendwie seltsam Aber was soll es sein? Dann machen wir doch mal Totenbeschwörungen Ich habe die Zeit geübt, aber ich bin Ich hab die Zeit geübt, aber ich bin Der ist ja Ich habe die Zeit geübt, ich bin Hm... Ja? Okay, dann muss ich wohl... Das macht man nicht alles... Das macht man nicht alles... Oh, das kann witzig werden... Geralt of Rivia, ready for the ride of your life. Can't handle this without me? You're a mutant, like this killer. An ordinary man would never survive Han Marvin's blue dream. You must drink a potion that will increase your heart's efficiency and strengthen your blood vessels. Hallucinogenic properties are also welcome as they will enhance the vision. Gadwall should do it. Ah... Necromancy is awfully fishy. What do you aim to do? Han Marvin's blue dream is a spell that grants you a glimpse of a dead man's memories. You'll see, feel and taste what the killer experienced in his life. As a mutant, the operation isn't at all dangerous for you. Ach, find me an... You look your normal self. Have you had your fill of fortifying potions? It would be foolish if you died due to a simple oversight. Not just yet. I need to prepare. Gadwall should do it. Ah, okay. Ich hab den nicht. Was muss ich dafür machen? Äh, ich hab den nicht. Hä? Ich hab keinen Drang in der Richtung, also werd ich wohl schauen ob ich einen machen will. Nein, ich hab das Rezept nicht. Also werd ich doch mit irgendwas anderes anfangen. Ich trinke einfach irgendwas, ich hab schon mal was passiert. Das ist doch was. Ich weiß nicht, ob ich den nehme ich auch noch. Das ist doch was. Das ist doch nichts. Sie sehen wie dein normales Selbst. Hast du deine Fülle von Potionen fortifizierend? Es wäre verrückt, wenn du sterben, wegen einer einfachen Überraschung. Nicht nur noch. Ich muss mich vorbereiten. Gertwall sollte das machen. Ok, das war schwachsinnig dann. Es ladet, ah. Deswegen hab ich da vorgespeichert, weil man weiß ja nie. Sprich, ich brauch so einen Drang. Habe ich nicht irgendwas in der Art. Alchemie. Also Dinge. Schemas. Bücher. Hm. Natürlich. Wär auch zu einfach. Vielleicht kann ich bei dem einen da was kaufen. Ich habe die Nil... Bitte, bitte. Ah, da ist ein Zwerg. Ach stimmt, man kann bei ihm Zeug einlagern. Na? Na? Komm. Äh. Lassen? Also das ist die Kiste. Ich möchte mich mit dem Typen unterhalten. Alter Käse... Äh. Ach so, der hat bloß Lebensmittel. Oder? Ich kann das mal rausnehmen. Boah, das ist ein Mysteriös Hand. Ich frage mal den Mysteriös Hand. Ich frage mal den Mysteriös Hand. But not where they show me, but... Greetings. Welcome an opportunity when it comes. They say you run a traveling pawn shop. Heard you even have books. No song, no supper. Nobody mentioned you speak in Proverbs. A willful man must have his way. Ah, you're doing this on a bet. How long do you have to go on like this? Lost time is never again found. A room... So if it's a story... Hat he also... Alchemie... Ach so, that's probably going on books. Alchemie... Ah, we're not going to go on. I'm just talking about Trolle and Trolle-Beiträge. Alchemie... Ne, he has also so was not. Ah... Also, es läuft so... Ne, es läuft nicht unter Alchemie. Hm. Ach, stimmt jetzt. Der hat... Zeug. Kostet dafür aber auch einiges. Dieses Schwert aus... ...gelbem Metroid. Boah. Blutenbus 8? Na, boah nicht. Wozu, die kriege ich ein Erpel her? Hm. Ich rate mal. Hm. Vielleicht muss ich zu... Zu wem müsste ich denn dann? Wer könnte noch was haben? Stimmt's nicht, innerhalb der Mons die auch Händler. Genau, da wird den und den. Ach, man kann die bloß aktiv anwählen, wenn man gerade innerhalb des Bereichs ist. Ah. 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 Ah.